Philipp Matthias Bregge, ich kandidiere als Grossrat im Bezirk Brigg. Ich habe in den letzten Jahren als Fraktionschef der CVPO und als Präsident der Geschäftsprüfungskommission und der Justizkommission wichtige Positionen für den Grossen Rat zu bekleiden. Ich habe euch mit der Höheren Fachschule für Pflege, einer Studie für den einzigen Spitalstand und im Oberwallis und einer Motion für die Bergbahnen gesetzt können, einen wichtigen Akzent zu ersetzen. Ich bin motiviert, meine Erfahrungen weiterhin einzubringen und für den starken Oberwallis in Sitten zu kämpfen. Ich würde mich freuen, wenn ich auf eure Unterstützung hätte.